Warum ich Wuppertal liebe? Ganz einfach, die Stadt ist einzigartig. Ich bin hier vor über 50 Jahren geboren und habe die Stadt in vielen Facetten kennengelernt. Und auch immer entdecke ich hier Ecken, die ich nicht gesehen habe und bin immer begeistert von der Vielfältigkeit. In jedem Stadtteil gibt es so viele liebenswerte Straßenzüge, Gebäude, Parks, die man einfach nur gern haben kann. Die Stadt ist auch von ihrer Topografie einzigartig. Wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme, dann fühle ich mich immer wieder hier heimisch, weil ich Berge und Täler sehe. Und das gibt es in keiner anderen Großstadt Deutschlands. Und außerdem finde ich den Menschenschlag hier ganz besonders. Denn hier ist man direkt und frei heraus. Hier wird keine schöne Reederei betrieben, sondern hier wird gesagt, was einem am Herzen liegt. Und dann ist auch gut. Also man kann hier offen und fair miteinander reden. Und das Schöne ist, die Wuppertaler sind kreativ, die engagieren sich. Und wenn sie für ein Projekt sich engagieren, dann mit vollster Leidenschaft und voller Fahrt voraus. Und deswegen gibt es auch so viele sehr engagierte Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in der Stadt. Und so viel bürgerschaftliches Engagement und Sponsoring. Und das macht die Stadt vielfältig, reich und bunt. Und das ist ein ganz besonderer Grund, diese Stadt zu lieben. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen diese Stadt in der Zukunft auch bereichern und die Stadt weiterhin wächst wie in den letzten Jahren.